Kennt mich auch. Ich glaube, wir stehen hier bei Christoph. Aliano! Woher weißt du das? Da steht, glaube ich, 31. An precisen land Wir waren auf dem Campingplatz Wetzlar an der Laden. Der Platz ist mit ca. 35 Stellplätzen recht übersichtlich. Die sanitären Anlagen sind sauber und gepflegt. Vor dem Sanitärgebäude befindet sich eine Spülmöglichkeit. Im Eingangsbereich des Sanitärgebäudes befindet sich eine kleine Bibliothek und Prospektmaterial. Auch diese Hütten können auf dem Campingplatz gemietet werden. Auf dem Platz verteilt gibt es Wasserstellen. So, ich denke, bitteschön. Guten Appetit. Mahlzeit. Guten Appetit. Haben wir. Ein drittes Zimmer in der mittleren Etage. Ich finde es kassisch, ne? Ja, ist doch kassisch. Hier ist die Stadt CO2-neutral, beziehungsweise die Säure raus. Und da muss man halt dann aussagen, ja, wie bekannt ist das denn? Weil wir haben da noch ein bisschen Kassisch. Ja, 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 ja. Thomas, wo ist dieser Dach, der da noch umgehen muss? Ja, 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 ja. Lautsprecheransagen auch sprechen lassen und dann fahren sie einmal im Monat. So, wir gehen jetzt mal nach Wetzlar und dann gucken wir uns da mal die Altstadt an. Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020